Du musst verstehen, aus 1 macht 10, aus 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4, aus 5 macht 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist's vollbracht, und 9 ist 1, und 10 ist keins. Das ist das Hexen-1x1, sagt das Hexen-1x1 aus Hausau, und wenn die wieder reinfährt, verabschiedet die sich lachen. Und so werden sie zweimal lachend begrüßt auf dem Schloss, hier draußen von der Hexen-Uhr. Die macht das früh um 10 das erste Mal, und um 19 das letzte Mal, das ist hier die Hexen-Uhr. Das Hexen-1x1 gibt's als Karte, zu der Karte kriegt man den Rechenweg dazu, dass man weiß, wie man das ausrichtet. Die gleiche, die hier oben aus dem Hexen-Flo kommt, steht hier drin, für das Spaß mit Urlaub zu tun. Da haben wir die Hexe, die Perücke, den Mut und die Spinne, da können sie hier so ein Urlaubsfoto machen. Hier haben sie eine Vorstellung, wie wunderschön das Schloss ist. Geht's vorderlich, schön. Hier drinnen kennen sie sich die historischen Waffen.